Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDax US Morning Ausgabe am heutigen Donnerstag, dem 17. November 2022. Der Blick auf den Dow Jones Index und den derzeitigen Wochenverlauf zeigt weiterhin, der horizontale Widerstand ist und bleibt eine Herausforderung. Allerdings sehen wir jetzt auch derweil noch nicht die großartigen Gewinnmitnahmen. Der Index liegt auf Wochensicht mit 0,57% hinten, also kaum der Rede wert. Aber man kennt es nun auch mal so, dass natürlich auch solche Umkehrpunkte in der Regel nicht von heute auf morgen ausgebildet werden. Und wer weiß, vielleicht versuchen die Bullen ja tatsächlich noch das letzte bisschen herauszuquetschen. Die 34,2, 34,3 sind alle Male noch möglich, bevor ich, wie gesagt, dann jedoch davon ausgehe, dass wir einen Rücksetzer von rund 2.000 Punkten erhalten sollten. Alle Technologiebörse Nestec sehen wir auf Wochensicht derweil ein Minus von rund 1%. Und natürlich ist für mich die charttechnische Sichtweise hier relativ klar, muss man sagen. Denn wir sehen, der übergeordnete Abwärtstrend ist und bleibt intakt. Und vor allem sehen wir was Spannendes, nämlich, dass die laufende Wochenkerze am oberen Bollinger Band, beziehungsweise, Verzeihung, am mittleren Bollinger Band gescheitert ist. Das verläuft bei rund 12.000 Punkten und dürfte aktuell auch vermutlich der Deckel bleiben. Zu guter Letzt noch der Blick auf die Aktie des Tages. Das Monster Beverage, eh ein Titel, der sehr positiv in diesem Jahr hervorsticht. Nachdem die Aktie ja hier noch zum Jahresanfang kurzzeitig abgesagt war, sehen wir, dass seit Mitte März die Aktie eigentlich nur noch auf dem Vormarsch ist. Und jetzt ist die Aktie wieder mal in einem altbekannten Punkt angelangt, nämlich, wo wir seit mehr oder weniger anderthalb Jahren versuchen, einen Ausbruch hinzubekommen. Nun ja, und jetzt stellt sich eben die Frage, was wird das hier? Wird das der entsprechende nächste Ausbruch und könnte damit ein neues Kaufsignal hier zustande kommen? Oder droht Monster Beverage hier vielleicht wieder kurzfristig, zumindest unter Druck zu geraten? Die Rahmenbedingungen sind eigentlich für einen Ausbruch recht gut, aber auch hier muss man natürlich wie immer die Augen offen halten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.